Yo meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen und schön, dass ihr, du, er, sie, es und der Wusudi Wabli am Start sind. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber das fiel mir gerade so ein. Ihr seht schon, neuer, geiler, fetter, new Skin. Und zwar haben wir Project Ash am Start, der dritte von den Project Skins. Und ich habe gerade schon was Verrücktes gesehen, aber da gehen wir gleich mehr drauf ein. Ich habe mich gar nicht über diesen Skin informiert, dieser Skin kostet 1820, also, ja, so begrenzt informiert, ja. Ich habe mir keine Skills oder so angeguckt, ich weiß aber, dass er 1820 RP kostet, ja. Wir werden jetzt quasi zusammen gleich erfahren, was dieser Skin so kann und was nicht. 1820 RP ist also ein Legendary, das heißt, die Erwartungen, die sind astronomisch. Erwartungen sind astronomisch, Ash hat schon ziemlich viele Skins, muss man sagen. Aber ich glaube, ein geilen Skin hat auch Hartziker Ash, finde ich ganz cool. Aber sonst einen geilen Skin hat Ash, sonst einen geilen Skin. Ich weiß, ich habe mal eine Misswahl über Ash gemacht. Und ja, da war ein Skin, aber das war jetzt auch nicht der geilste. Wir checken uns diesen Skin ab, wir machen mal den Sound ein bisschen lauter, wenn es geht. Sound, Dorino, Sound, Dorino, ist wohl schon ziemlich laut. So, gucken wir doch einmal, was sie zu sagen. Oder wir gucken uns erstmal den Skin an sich an. Ja, ich finde, sie erinnert mich so ein bisschen an Sylvanas aus WoW, ja. Ja, Bogen, so eine schwarze Cape drüber, diese, wie nennt er sie sich, diese, ja, ich finde schon, dass es so ein bisschen aussieht, wie sie waren. Das ist aus Dota von, einige werden es kennen, aus WoW, aus Warcraft, aus Warcraft halt, ne. So, wir gucken euch die Äußeres an, der Bogen sieht natürlich super delizios aus, der sieht super nice aus, der sieht echt schon cool aus. Leuchtet wie Sau, der Bogen sieht cool aus, und dann noch so kleine Wellen drumherum. Auch der Skin als solches, als aussehntechnisch. Der Booty, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, ja. Aber das sieht so aus, als hätte sie so ein Tanga oder sowas an, so. Ja, ein bisschen größer als ein Tanga, aber wisst ihr, so die Arschbacken sind frei. Warum sind die Arschbacken frei? Wieso? Wer hat das, wer hat das gemodelt? Stellt euch vor, so eine läuft vor euch her, das sieht doch aus, als hätte sie ein Tanga oder sowas an, so ein bisschen, oder? Also, ja. Ich finde aber, der Skin sieht sehr, sehr cool aus. Tatsächlich, und wir sehen auch schon hier die Cape. Die scheint hier in der Midlane wegzugehen. Ich hab mal was gelesen, dass sie an Türmen weggeht oder so. Also, das sieht schon ziemlich cool aus, so. Das heißt, sie hat sogar eine Antenne auf dem Kopf oder sowas. Da sieht man das. Sie hat hier so eine Art Antenne oder sowas. Sie hat da hinten so kleine Flügel dran, so ein Cape. Das sieht alles schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ich finde, der Skin sieht bisher sehr cool aus. Wir gehen nochmal in den Wald. Da sieht man so, kommt... Ja, da sieht man so ein kleines blaues Erscheinen. So geht das weg und dann kommt so ein kleines blaues Erscheinen, dann kommt die Cape wieder. Es ist anscheinend nur ein Busch. Oder auch, ja. Wird wohl nur ein Busch sein. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Wir gucken uns mal die Animationen an, wenn ich denn mich bewegen kann. Warum auch immer. Hallo? Okay, es war ein Leck. PBE, ja. So. So ein kleiner. Wie lange wird das Match noch gehen? Für dich? Nicht lang. Kann auch sein, dass ich viele Surrender at 20, ne? Für dich wird es nicht mehr lang gehen. Du gibst gleich auf. Okay, also es ist auf jeden Fall so ein Ding, der dir die ganze Zeit irgend so ein Zeug sagt. Alles mögliche, okay. Wir gucken mal die Note 2 an. Drehen wir sie mal um. Äh, stopp. Ich wollte... So, ich wollte das sehen, wie sie ihren Bogen immer nach hinten, aber... Ja, sie klappt dann so ein bisschen. So, Stufe 3. Machen wir es so. Yo! Was geht? Was geht? Okay, alles klar. Yo! Yo! Das ist ja mal geil. Das ist ja mal geil. Das finde ich super geil. Holy shit. Da hab ich jetzt auch gar nicht mit gerechnet, ne? Juuu! Yo! Das finde ich echt geil. Holy shit, man. Oh, lol. Und die Dancer. Wir gucken mal auf ihren Dance. Der ist auch nicht schlecht, Alter. Der ist nicht schlecht. Ist das von irgendein... Ist das noch irgendein Film oder so? Yo, Alter. Das finde ich geil. Das finde ich delizios. Und die Musik ist auch gut. Mach ich mal hier lauter. Ich glaube, ich könnte jetzt so die restlichen Minuten von dem Video einfach hier... Ja, gut. So. Gucken wir mal Stufe 4. Das Lachen. Geil, oh Mart. Hat sie sich verschluckt? Die Grunst. Die Grunst. What the fuck? Die Grunst. Ein Prouding-Skin, der Grunst. Warum? Wieso? 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 Das ist so... Warum macht man sowas? Das ist so, als wenn du einen Panzer baust und den Pink anmalst. Warum? Ja, okay. So, wir gucken uns ihre Skins an. Erstmal ihre Autohits. Okay, das sind die Autohits. Die sind ganz nett. Dann kommen wir zu ihrer W. Ja, sieht relativ normal aus. Weil die normalen Dinger ja auch blau sind. Deswegen sieht es relativ normal aus. Wir warten nochmal, bis wir es ready haben. Jetzt. Wir treffen ihn mal hier. Ja, da kommen so ganz kleine Partikel beim Treffen. Aber es ist nichts Wildes. Dann machen wir mal die Taube. Schießen wir mal hier durch die Gegend. Oh, das ist dieses Flugding. Das ist dieses Flugding, was sie dabei hat. Okay. Und jetzt kommen wir zur Recqueue. Da muss ich erst ein paar Autohits machen. Wir warten, bis der Gegner wegläuft. Und dann ballern wir ihm. Ah, okay. So schnell darf es nicht sein. So, und. Okay, ist ganz nett. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ganz nett. Oh, das ist schon die Backport-Adivation. Oh nein, die darf ich mir noch nicht angucken. Ich muss jetzt... Da müssen wir jetzt erst mal zur Botlane laufen, Leute. Wir müssen nämlich jetzt die Miss Fortune treffen mit unserem Pfeil. Den gucken wir uns an. Hoffentlich trifft der. Hoffentlich trifft der Miss Fortune ist Level 11. Die wird mich wahrscheinlich umkloppen. Aber wir können mal gucken, wie gut wir sind. Dieser Skin, den finde ich auf jeden Fall nice bisher. Die Backport-Adivation. Mal gucken, ob die den Dates noch toppt. So, treffen wir. Und. Feuer! Sieht relativ normal aus. Alles hier, aber crazy-mäßig. Komm schon! Kampf! Okay. Also sieht relativ, ja, normal aus. Das ist jetzt... Es ist halt alles blau vorher schon gewesen. Und jetzt ist es auch noch blau. Vielleicht hätten sie in Project Skin lila oder gelb machen sollen oder so. Dann wäre es was anderes gewesen. Na gut, den Pfeil fand ich jetzt nicht so geil. Wir gucken uns die Todes-Animation an. Die hat aber auch wohl einen Booty. Aber ich wusste, dass sie schon einen Booty hat. Weil. Die hat. In meinem Miss-Video. Miss. Universe, glaube ich. Oder Mai. Oder sowas. Da hatte die auch schon einen Booty, Leute. Die hatte schon einen guten Booty. Muss man einfach so sagen. Ja, also. Ja, das ist einfach so. Ja, in dem Sinne. Gucken wir nochmal eben die Backport-Animation. Mal gucken, ob sie das Ganze jetzt noch wirklich toppt. Also ich bin schon ziemlich zufrieden bisher mit dem Skin. So, schauen wir mal. Oh mein Gott, die Erwartungen sind so hoch. Sollen wir ranzcolen? Wir scrollen erstmal ran. So, Backport. Das hat mich jetzt nicht ganz so geil geflasht, muss ich sagen. Gucken wir uns nochmal an. Anna, die Endpose hat mich so ein bisschen erinnert an Tribute von Panem. Ist man da nicht auch so mit dem Bogen nach oben irgendwie so? Macht die da nicht auch so eine Pose? Irgendwie sowas. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht genau. Einmal gucken wir uns das ganze Spektakel noch von hinten an. Vielleicht ist der Booty ja ganz gut. So. Super. Der ist gut. Definitiv ist der gut. Gut. Da, jetzt. Ja, also ich muss sagen, die Backport-Animation hat mich jetzt nicht komplett aus den Socken gehauen. Ähm. Hab ein bisschen mehr erwartet. Ist jetzt nicht schlecht so, ja. Sie macht dann mit ihren Waffen und klappt die ein. Vielleicht sind Erwartungen, ja, vielleicht zu hoch gewesen. Aber der Skin ist trotzdem absolut gut geworden. Der ist sehr gut. Dem würde ich sogar wirklich... Also, Verbesserung geht immer, ja. Vor allem, also für den Backport gebe ich Abzug. Aber ich würde sagen, 8 oder 9 von 10 Punkten. Also der Skin gefällt mir sehr, sehr gut. Und gerade, also der Dance, ne. Der ist ja wohl mega geil. Der ist ja wohl mega geil. Ja, in dem Sinne, ihr könnt mir ja mal eure Meinung zu diesem Skin raushauen. Ich finde diesen Skin super cool. Kaufen würde ich ihn mir nicht, weil ich ihn nie Ash spiele. Wobei, mit diesem Skin würde ich sogar Ash spielen. Ohne Witz. Den finde ich einfach geil. Den würde ich mir kaufen, wenn der nicht so teuer wäre. Aber wenn der nicht so teuer wäre, dann wäre der nicht so geil. Und wenn der nicht so geil wäre, dann wäre der nicht so cool. Und wenn der nicht so cool wäre, dann würde ich mir den nicht kaufen. Aber wenn der so teuer ist, dann kaufe ich mir den auch nicht. Weil ich keine Ash spiele und keine Articary. Ja, aber es ist auf jeden Fall geil. Als Ash main würde ich mir den Definitive holen. Der ist cool. Wahrscheinlich würde ich aber zu viel tanzen und zu wenig spielen. Und das würde mich wahrscheinlich zu sehr ablenken. Ja, vielen Dank. Haut rein, machte weiter. Tschüss, auf Wiedersehen. Und bis irgendwann. Und tschüss. Herzlich Willkommen beim neuen Game Mode. Amat. All mit. All Tobi. Viel Spaß dabei. Du bist ein Sack, du Noobfucker. Hier. Dann her. Au. Ihr Piks. Ja, hast du dir so gedacht, du rolliger Ünt? Noobfucker Blades. All Lollflashless Q. Was? Hä? Was? Hä? Was? Wieso hat der das nicht da reingemacht? Toll. Noobfucker Blades. Toll. Hä? Mann. Noobfucker Blades. Out it. Out it. Out it. Out it. Okay, Mission. Hau ihm das Schild weg. Oh, guter Sturm. Out it you. Out it. Ah. 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 Der wird. Help. Team. Help. Help.